Ein hallo und herzlich willkommen zurück zu Titanfall, meine Freunde. Weiter geht's und zwar mit... Was nehmen wir denn? Improved Matchmaking Aha, alles auf Englisch, toll. Multiply, äh, eine Mischung aller aufgelisteten Spiele auf allen Karten, Pilotenjäger, Jäger oder Jägerjagter, schaltet die Piloten des feindlichen Teams auf, um Punkte zu nehmen. Nehmen wir mal das. Das ist ein Strike-Einsatz. Neutralisieren Sie alle feindlichen Piloten. Aber Titans gibt's scheinbar doch, oder? Ja, Titan bereit. Titan gibt's. Titan gibt's auch hier. Und damit hätte ich erstmal meinen ersten Kill gemacht hier. Alter, renn halt direkt auf, mein Fresser. Der hat mich sicher noch nicht mal gesehen. Alter. Nicht schön. Boah. Ich hab aber grad ziemlich eingesteckt, ey. Ich hab mal alles zu dir, ne? Nicht schön. Die killen hier alle NPCs die ganze Zeit einfach. Die scheißen irgendwie drauf, irgendwie andere Peile zu killen. Scheinbar irgendwie. Kommt es mir jedenfalls zuvor. Sex, sex an alle Piloten. Wir vernichten die Terroristen. Der Widerstand lässt nach. Hä? Achso, du bist ein Feindlicher. Stimmt ja. Hab ich mich schon gewundert, was das soll da. Das ist ein Feindlicher. Bot nur wieder gewesen. Schade. Auch da. Ich glaub, das war wieder nur ein Bock, ne? Na, glaub schon. Da ist ein Feindlicher Titan. Bin ich auch nicht dran, Digga. Doch. Aha. Doch noch drauf gekommen. Ja, schön. Hang me down. War aber noch drauf. Oh, hatte ich luck. Ja, das ist nochmal luck. Schade. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Den krieg ich scheinbar wahrscheinlich eh nicht mehr, oder? Oh, machen wir nochmal ein Rollbio. Oh, das ist schön. Ja, schön. Ja, komm. Alter. Der ist ausgestiegen. Mitten im Match gegen andere Titans. Ist er ausgestiegen. What the fuck, ey. Hätte ich niemals gerissen, irgendwie. Mitten im Match einfach aussteigen, ne? Miliz, Miliz. Anweilig. Verlassenspieler. Ja, der Pilot hat keine Chance. Oh, ja. Ob das was wird. Komm schon, komm schon, komm schon. Der hat gerade den Oga abgeschafft. Auf den nächsten Titan einfach rauskönnen. Oh, so muss das laufen. Nicht anders. Ob ich das überlebe? Aha. Mach hin, mach hin. Ja, 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 ja. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, und weg hier. Und jetzt? Ist da einer oben am Sniper? Ja, war da für da einer gewesen? Meine Fresse. Ja, der hat mich auch schon gesehen, wo ich in der Luft hatte. Der Typ ist scheinbar da drin, oder was? Och, Mann. Der ist schon tot. Die mag, finde ich irgendwie geil. Schön klein und so, wisst ihr? Was ich meine. Bin ich schon. Warte mal kurz. Habe ich einen Nahkampf gequillt und der andere ist so gestorben, oder was? Scheinbar. Alter, das war auch wieder... Das ist überhaupt nicht klug, auf normale Bots zu schießen, ganz ehrlich. Lieber schön die ganze Zeit Pilots suchen und so. Das ist klüger. Ja, das ist ein Frontsoldier. Ja, das ist ein Frontsoldier. Wo ist ein Pilot, ha? Ist das ein Pilot los. Komm, 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 den hole ich mir. Da war noch irgendwo einer. Alter, that aim. It's not good. Nein. That aim. Nein. Ist überhaupt nicht gut. Hier ist noch einer. Da war einer. Ist hier oben noch keiner drauf? Nicht so. Oh, feindlicher Titan. Das war noch ein feindlicher Titan. Alter, was geht denn hier ab? Nicht schön. Na? Uiuiui. Auch man, ich wollte gerade ein Rodeo noch starten, ja. Sieben Pilot-Kills, Verluste vier, Titan-Kills drei. Ja, na ja. Sind wir da eigentlich jetzt gerade reingejoint in der Runde? Ja, ne? Ja. Deswegen ging das so schnell vorbei. Wir sind auch erst bei sieben Minuten angelangt, etwa. Habe ich freigeschaltet? Ein Schalldämpfer! Hammer, geiler Scheiß! Für die kompakte SMG. Uiuiui. Finde ich cool. Ja, finde ich cool. Das machen wir auch gleich drauf, den Schalli. Äh, Moment mal. Da ist er. Da, der Schalldämpfer. Des Todes. Oh ja, Schalldämpfer. Verlassen wir mal eben die Lobby. Damit das ein bisschen schneller geht. Es dauert irgendwie total lange, mal die Lobby zu verlassen, nebenbei gesagt. Bin ich ein bisschen scheiße. Guck dir das an, wie lange das dauert. Boah. Klassisches Spiel. Was war ja die ganze Zeit gemacht? Pilotenjäger, genau. Irgendwie. Ja, Pilotenjäger. Habe ich irgendwie immer noch nicht begriffen, was es eigentlich für ein Modus war. War normal irgendwie Team Deathmatch. Vielleicht soll es auch so sein, Team Deathmatch. Aber wir sind in einem komplett neuen Lobby reingejoint. Auch toll. Naja. Ich müsste mir mal dann auch noch Season Pass holen. Schon mal. Auf jeden Fall. Das müsste ich mir dann auch mal. noch holen. Juhu. Haben wir die Mapp schon mal? Nee. Und wenn, dann bin ich Brain Afkar. Da ist ein geilen Schalli drin. Okay. Sind hier überhaupt welche am Start hier von Pilots her? Ah, schade. Da komme ich nicht nach oben. Da bin ich einfach zu low. Okay. Sind die ganz oben oder wo sind sie? Ganz oben sind sie. Ich weiß gar nicht, wie der Schalli eigentlich ist. Wird dadurch irgendwie der Schaden verringert? Oder wie schaut das aus? Da frage ich mich da irgendwie ehrlich gesagt. Da ist ein Gegner. Dann hole ich mir. Oh, die Nutte. Jawohl. Ist da eigentlich noch einer? Na. Da oben ist keiner mehr. Da ist aber da einer. Und wir nach oben hier. Oder auch nicht, denn ich komme nicht mehr nach oben. Toll. Ja, mein Kühl. Na, Siggi. Hui, 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 hui. Bin ich da gerade in meine eigenen Granate reingelaufen? Nee, na. Da hat mich schon jemand angeschossen, glaube ich. Weg, 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 weg. Und kommt Titan holen. Und rein hier, schnell. Hier sind massig viele Gegner. Na. Ach, schade. Leider nicht mehr kommen, die alte Kacksa. Wollen wir richtig hart drauf mit dem, ey. Ohne Gnade. Ich stecke gerade ein. Bist du mir nicht mehr? Okay. Ach, machst du Rodeo oder was? Du bist nicht so stark. Nichts da, ey. Scheiß Rodeo-Typ, ey. Kannst du doch nicht verringeln. Oh ja. Der Kollege hat einen gesteckt. Definitiv. Auch tauchen. Einfach mal irgendwo hinfeuern. Der erhöhter Schaden, bin ich dafür. Ja. Jawohl. I rodeo. Eisen. Ich krieg Schaden ohne Gnade, ey. Nicht schön. Ja, auch nicht schön. Wohin, wohin, wohin? Wohin soll ich mit mir? Das ist ein Bot, scheiße Ist da ein Spieler oder so? Hier ist irgendwo ein Spieler Wer drin hört? Oder ist der da ganz oben? Spektrum Ja Bot nur Wo ist denn der? Der ist da oben, wahrscheinlich wirklich Oh, ne, Witz Wo muss ich denn wirklich da holen? Wie soll ich denn jetzt noch umkommen überhaupt? Ich weiß es nicht Oh ne Scheiße Ich hab ja schon einen Plan, wie man auch umkommt, ne? Das war normale Soldaten Also Bots heute Da ist aber gar kein Schwanz Auch toll Hat's gebracht Aber dafür da Komm, warum mal den Radar hin? Irgendwut ein Date Jawohl Jawohl So muss das laufen Wenn ich anhat Wo sind sie? Ah, da ist noch irgendwo einer gewesen Jawohl Super Was ich schön von hinten aufsachte Oh ja Ja, nice Würde ich mal sagen Dann haben sie gebaut Komm, schieß Na scheiße, wa? Komm, wir laufen Würde ich mal sagen Kollege Das Land fällt raus Keine Ahnung, was du machst Schießt da irgendwann einer Komm, steig aus Komm, steig aus Okay, wir haben erreicht Gewollt Großartige Leistung Mission erfüllt Ich weiß gar nicht, wo hinterher ist Scheiße Na ja, Wayne Hab immerhin ein paar gekillt mit dem Titan Von daher Alles okay Alles okay Komm, ich muss ein Rodeo machen Ja, Ziggy Jetzt gibt's ein Rodeo Ich muss doch noch laufen Ja, Hammer Irgendwas wurde ich gerade hart Angeschossen irgendwie Wohin denn mit mir? Wohin soll ich am besten jetzt Alter Alter Das ist ein scheiße Flack Kann man die eigentlich irgendwie raus holen? Oder ist der vielleicht da drin einfach Da unten Nein, Pilot Kills Drei Verluste null Hey, wir sind nicht einmal gestorben Aber dafür aber auch Nicht so wirklich viel Kills gemacht Muss ich ja mal ehrlich zugeben So eine Scheiße Naja Ab hier werde ich erstmal Diesen Part beenden Und dann sehen wir uns Bei Rigs Part von Titanfall Meine lieben Freunde Haut da rein Das ist eine Sache Und dann sehen wir uns Ja marshmallows Und снимf Und dann mögen ft Und dann Und dann Musik Dresw 흰